Die Regierung von Deutschland hat verloren. Wir werden hier neu aufbauen, hier für uns. Der Bauernmarsch, der hat jetzt angefangen. Sie haben uns geärgert, das war keine Kunst. Überall auf den Straßen stehen jetzt wir. Sogar die Polizei, die Russen kommen jetzt auch hier. Sie helfen uns bei dieser Macht jetzt an. Gegen diese Gruppe, die Regierung dann. Sie sollen raus, 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 sie sollen weg. Wir brauchen sie nicht mehr, hey, das ist der letzte Trick. Die Polizei, die hilft jetzt schon dazu. Öffentlich bekannt, haben sie sich jetzt dazu. Die Regierung hat verloren, wird vielleicht neu geboren. Alle anderen, hey, die müssen raus. Und wir und die Grünen, hey, die müssen drünen. Alle aus dieser Regierung jetzt mal raus. Habeck, Scholz, Bärbruch, Daniel, der Haarreiter, der Lauterbach hier. Alle müssen gehen aus diesem Haus. Und hoffentlich kriegt jeder dann von der Staatsanwaltschaft dann. Eine richtig auf den Arsch dann auf. Wir, 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 wir stehen auf. Hey, wir lassen uns es nicht gefallen. Bauern überall lassen es richtig. So richtig dann auf den Straßenklein. Po, 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 Polizisten. Haben sich jetzt öffentlich bekannt. Hier in diesem schönen, großen Lande hier. Für die Demonstration bekannt. Revolution gegen die Regierung. Das war jetzt schon lange angebracht. Denn die haben wirklich dann gedacht hier. Wir können mit uns machen Tag und Nacht. Was sie wollen, was sie tun, jetzt wollen dann. Sie können jetzt abdanken und auch gehen. Wir brauchen keine Grünen, keine mehr im Land. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. So, und jetzt geht es euch richtig an den Kragen. Und jetzt geht es euch. Und jetzt geht es euch. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.